hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal suzesse produkte ich bin so das ist die mimi heute haben wir euch wieder für einen unserer abonnenten einen kleinen einwegdampfer mitgebracht der marke aroma king in der geschmacksrichtung mango apple pier also mango apfel und birne also der hersteller verspricht 700 puffs da ist kein nikotin mit drin auf zwei milliliter dann würden wir sagen genau wir starten mit dem auspacken das ist ja auch eine geschmacksrichtung die wir so noch gar nicht hatten wir hatten wir schon mal bin nein aufgabe werden wir jetzt auch überhaupt nicht bewusst dass wir das schon mal geschmackt geschmackt ich bin mal gespannt wie es schmeckt ja weil ich glaube also würde mir jetzt neu wie gehabt kleiner pappkarton aromabeutel und dann haben wir wieder eine rundes design hier unten das luftlöchlein wo auch die lampe ist und das schnabelförmige mundstück mein stück mein stück natürlich richtig ja dann bin ich jetzt mal total gespannt wie gesagt birne hatten wir noch gar nicht so mit drin wir haben ja jetzt schon echt super viele geschmacksrichtungen durchgetestet von verschiedenen herstellern und sind dann doch immer völlig fasziniert wenn wir wieder eine geschmacksrichtung haben die wir so noch nicht hatten was sagt die püvi sie will nicht teilen glaube ich ach verdammt der scheint lecker zu sein der ist wahnsinnig lecker okay ich finde du hast richtig das ist richtig lecker also riechen tut er schon toll und schmecken finde ich tut er auch übelst lecker das geil oder ja du hast recht also geschmacklich ist der echt lecker also da hält die direkt wieder die hand auf dabei hat der krümel hier überhaupt nichts zu melden weiße ne also die geschmacksrichtung ist echt gut obwohl also diese diese kombi ist geil ich bin nur noch auf der suche nach der birne ich esse keine birne ich weiß nicht ich bin schon lecker also der apfel kommt schön raus die mango lecker raus ja ich weiß jetzt nicht so genau geht die birne unter geht die birne unter geht der birnengeschmack und habe bei den leckeren anderen geschmeck geschmacks sorten geschmacksrichter geschmecker geschmecker mein gott heute hat die püvi mal voll den sprach viel aber ich bin ja immer ganz ja zufrieden dass das nicht nur mir so geht wenn sie mal so richtig einen raushaut dann lachen hoffentlich auch alle nicht nur bei mir kann damit leben also nein ich denke schon dass du da so die so ein bisschen die birne mitschmeckst also es ist echt lecker im vordergrund finde ich steht total der apfel das ist so das erste was du merkst was echt präsent ist und danach vielleicht so also birne an sich sei mal jeder der schon mal eine birne gegessen hat der weiß ja dass da ja kein geschmacks erlebnis pur drin ist ne so eine birne ist lecker süß aber nicht so geschmacks intensiv vielleicht wie ja anderes obst da unser kameramann der macht schon wieder so faxen dahinter das macht uns so gemacht hat oder irgendwie was ja ich gestikuliere immer mit einer hand und der winkt dahinter schon wieder wie so ein fluchtzeug lotse reiße da ist die lange wagen einmal nach rechts einmal nach links aber der ist gut der ist wirklich der ist echt lecker ja also ich muss ganz ehrlich sagen das wird einer von den wenigen dampfern sein das ganze den wir beide gut finden wo die püpi genau wo die püpi nämlich nicht immer vorrang kriegt beim testen es sind sehr viele geschmacks richtung wo die püpi echt so den vorrang hat beim durchpuffeln um euch mitteilen zu können auf wie viele puffs wir gekommen sind richtig aber den finden die man die auch lecker doch also wir konnten uns bisher immer echt gut einigen aber ich glaube das wird so etwas wo du in den schrank reifen willst und er ist schon in meiner hand so das übliche halt richtig ich mach das einfach wenn du schläfst ganz einfach also der ist echt lecker vielen lieben dank ja diese tolle geschmacksrichtung also der ist wirklich gut also da bin ich ja das ist lecker das ist frisch das ist ein total lecker das ist fruchtig das ist wirklich ein geiler geschmack ja wir werden natürlich für dich bis zum ende durchpuffeln sehr gerne sogar um ehrlich zu sein um mitteilen zu können auch welche anzahl an post wie gekommen 700 sagt ja aroma king ihr werdet das ja unter dem einen oder anderen sehen dass wir nicht immer dahin kommen was der hersteller angeht aber wir ziehen halt auch beziehungsweise ich glaube ich noch nie die puffs gekommen dieser hersteller angeht aber das liegt halt an der intensität wie man an so geräten zieht muss man mal ganz ehrlich sagen der eine damm schweller genau ja gut der eine zieht halt schneller schneller länger der andere zieht halt was schwächer dementsprechend variieren natürlich die puffs auch das ist ja ganz klar ja dann würde ich sagen ihr lieben sind wir auch schon beim ende den dampfer weg stellen von uns gibt es ganz klar den daumen hoch vielen lieben dank mir geschmack lecker sollte euch unser video gefallen haben wollen wir mal ganz ehrlich ausgehen auch einen daumen hoch bekommen wir bitte einen daumen hoch von euch das abo nicht vergessen die glocke anschalten kommentare freuen wir uns mega drüber und ihr könnt uns auch auf social media folgen auf instagram und facebook mensch die püppi wieder und wer jetzt auch noch ein testvorschlag für uns hat schreibt das an zu unterstrich testet unterstrich produkte at web.de mein gott mein kind ja ihr lieben und dann sagen wir tschüss Bis zum nächsten Mal.